So, wir sind dabei, Spannungen, oder wir haben es getan schon, siehe anderes Video, Spannungen strömen rein, Parallelschaltungen mal zu messen. Man kann ja immer sagen, ja, das ist alles, alles stimmt so, das ist alles wahr, wir nehmen das einfach so hin, weil der das gesagt hat. Ich habe hier mal ganz schnell hingeschmiert einen Schaltplan. Und wir betrachten erstmal I, das haben wir wirklich nachgewiesen, wenn ich sage, der Gesamtstrom muss von der Spannungsfälle ausgehen, bevor ich mit der eigentlichen Schaltung anfange, der Gesamtstrom, der wird als 0,0 Ampere gemessen, irgendwas, dann muss der an jeder Stelle genauso groß sein. Ich verweise nochmal auf ein anderes Video, wo ich das mit einem Menschenstrom klar gemacht habe, die durch eine enge Stelle müssen. Also, ich kann demzufolge das rein mathematisch sagen, und das ist eigentlich ein bisschen nicht so schön, denn I Gesamt ist genauso wie I1, wenn ich den nach dem ersten Widerstand, in diesem Fall war es eine Lampe, gemessen habe, ist gleich wie I2, ich mache es deswegen nicht, weil eine Gleichung eigentlich nur zwei Seiten hat, ist gleich wie I3. Der Strom ist überall gleich, soll das ausdrücken. Und die Spannungen, das haben wir eindeutig gesehen, selbst bei unterschiedlichen Lampen war das spannend, U Gesamt ist aber, da haben wir das gemessen und da haben wir tatsächlich gesehen, dass es aus U1 plus U2 plus U3 sich zusammensetzt, diese Spannung. Die Gesamtspannung, die ich also hier messen kann, wird im Voltmeter, hier wäre U Gesamt, die setzt sich aus den einzelnen Spannungen zusammen. Damit man das nicht auswendig lernen muss, und beim Auswendiglernen kann man ja durcheinander kommen, mache ich jetzt mal eine Pause und werde das Ganze nochmal für die Parallelschaltung darstellen. Nochmals, weil wir haben da verschiedene interessante Messwerte gehabt, wo man sagt, oh jala, hätten wir ja gar nicht gedacht. So, jetzt zur Parallelschaltung. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, wir haben drei Widerstände, in diesem Fall Lampen, damit wir auch sehen, dass die unterschiedlich stark leuchten eventuell, in diesem Fall waren wir erstmal gleich, haben wir da parallel geschaltet, und nochmal zur Erinnerung, ich lasse mal Strom hier loslaufen, der läuft hier meines Wissens los, und nehmen wir an, ich habe drei Gruppen von Strom, die erste Gruppe sagt Hurra, hier kommt unsere erste Abbiegung, wir gehen mal hier lang. Jetzt bleiben hier noch zwei Gruppen übrig. Ich sage die nächste Gruppe Hurra, und wir gehen hier lang, und die letzte Gruppe sagt, ist voll egal, wir werden ja auch noch Platz. Da das wegen der hohen Geschwindigkeit, nicht die Geschwindigkeit, das ist nicht mehr Strom, nicht die Elektronen. Da das eigentlich egal ist, sagen die sich, ob wir hier eine 0,0,0,0, nächste Pikosekunde später ankommen, oder nicht, ist ihnen das egal. Jetzt kommt die erste Gruppe hier hinten anmarschiert, die zweite kommt hier gerade raus aus dem Widerstand, und die sagen sich, beide guten Tag, jetzt strömen hier wieder zwei Gruppen lang. Jetzt kommt die nächste hier anmarschiert, alle freuen sich, denn hier sind alle drei wieder beieinander, Das heißt, der Gesamtstrom, ich mache das natürlich immer sehr vermenschlich, aber der Gesamtstrom ist bei der Parallelschaltung so, also Parallelschaltung, das muss reichen, da ist der Gesamtstrom wie folgt, die Gesamt ist nicht überall gleich, sondern teilt sich auf, ist demzufolge I1 plus I2 plus I3 plus I noch mehr, wenn wir noch mehrere Möglichkeiten hätten und die Spannung, die ist, und das haben wir auch nachgewiesen, das heißt, wir haben auch mal hier gemessen, ich mache jetzt mal solche Messspitzen ran, also hier gemessen und da gemessen und da gemessen und überall gemessen und die war erwartungsgemäß gleich, also U Gesamt ist gleich, wenn ich hier hinschreibe U1, U2, U3, dann ist die überall gleich, jetzt kommt wieder das Hässliche, was ich nicht mag, äh, jetzt hätte ich beinahe was Falsches gemacht, ist gleich und nochmal, ist gleich und so weiter und so fort, so, das bis dahin. Wir haben noch was ähnliches entdeckt, aber da kommen wir gleich drauf. Nochmal bis dahin, einfach zum Zuhause verdauen, vielleicht auch nochmal über den grünen Strom, über die Gruppen von Strom nachdenken, dann haben wir nämlich folgendes noch messen können, hier an dieser Stelle, hier, wenn ich da auftrenne und den Strom messe, dann kann ich folgendes messen, dann habe ich hier noch zwei Drittel des Gesamtstromes, oder, wenn es, die Drittel zählen nur, wenn alle drei Widerstände gleich sind, oder entsprechend hier hinten habe ich bloß noch ein Drittel, hier vorne habe ich drei Drittel, hier habe ich zwei Drittel, hier habe ich ein Drittel, hier habe ich ein Drittel, hier habe ich zwei Drittel, hier habe ich drei Drittel. Das brauchen wir erstmal dazu, damit wir dann mit einer sogenannten Missschaltung nochmal besser umgehen können. Nochmal Missschaltung, werden wir dann gleich drauf kommen, siehe auch andere Videos. Aber jetzt erstmal bis dahin, ich mache mal Pause. So, wir hatten jetzt eine wunderbare Zusammenfassung eines Schülers, der hat uns diese ganze Sache nochmal erklärt, und vielleicht mal einen Tipp, es gibt Menschen, die haben eine Eselsbrücke dafür, dass sie sich sagen, der Schüler sagte, ich kriege mir nur das eine ein, das ist relativ leicht bei der reinen Zeitung, und dann muss das andere umgekehrt sein. Nur mal als Tipp für zu Hause zum Lernen. Mancher sagt, okay, ich mache es mir anhand der einzelnen Zeitung, aber dann muss ich mir alles immer einzeln aufmachen. Nö, wenn ich mir nur eins merke, dann muss das andere umgekehrt sein, so kann man es auch merken. Ich schließe das Video damit ab.